Wir haben vier Special Cups tatsächlich. Oh oh. Yoshi, rette uns. Das Spiel lädt. Ja. Komm noch Yoshi mit Yoshi-Bike. Yoshi mit Yoshi-Bike. Yoshi-ception. Okay. So. Ja, perfekt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's echt los. Das war die zweite Strecke. Was war das? Nochmal. Das dritte war Bowser. Die zweite war Knochen-Trocken. Ja, genau. Stimmt, stimmt. Ja, die Strecke, genau. Ich regle das schon. Ich war Regenbogen-Boulevard. Ich regle das schon. Diesmal. Hoff ich. Mit dem Yoshi-Bike. Vielleicht gründe ich ja eine neue Gruppe. Was? Yoshi-Loser? Nein! Warum hast du das gesehen? Hallo? Und da ist der Zwölfter. Und da geht er fast down. Nein, ich geh nicht down. Ich versuche hier zu fliegen. Ich finde das lustig, wie leicht man vom zwölften Platz so hoch kommt. Aber andersherum. Ne? Also wenn du Vierter bist oder sowas. Wie schwer ist das Erster zu werden? Ja. Also. Zwölfter bis Fünfter kein Problem. Vierter. Dritter. Das bleibt am Boden. Der drüber. Oh, das war knapp. Das war nix klapp. Nix klapp. 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 Na, versucht er die Abholzung? Klar. Der Alpo regelt das schon. Ich mach gar nichts mehr. Genau wie das. Oh, da geht er nicht down. Da hab ich das schon mal gemacht. Genau wie in der ersten Runde. Oh, da geht er nicht down. Pass auf mal der Ferranja-Pflanze. Geht er nicht down. Oh, was? Da ging er down. Da ist er Förder. Da ist er. Da ist er Förder. Förder. Da ist er Förder. Ja. Da brauchen wir dritter. Na? Komm schon. Ja und zwei. Das ist egal. Da ist er dritter. Da ist er dritter. Weg, Toad. Was ist denn das denn? Wo ist das denn gelandet? Au. Was war mit Abgrund? Ich schaff das schon. Okay, ich schaff das vielleicht doch nicht. Da sind ja alle klein. Go, Ramon. Nee, nix. Go, Ramon. Du musst die Süßigkeiten aufsammeln. Immer noch. Ich regle das schon. Ich hab's ja keine Ahnung, was ich hier tue. Aber ich regle das schon. Der erste. Oh, Blusschen. Nein, 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 guck! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich hab's geschafft, oh mein Gott. Da kommen sie erst. Da ging er daun Da ging er daun Ja, da ging er ab Ja, da ging er ab Soll ich das wagen? Nein Ok, ich würde es lassen Du bist kurz vor der 7.1. Ja, hat er etwa mit dem Yoshi und Yoshi Bike geregelt? Ja, er hat es geregelt So, jetzt muss er die Süßigkeiten suchen Die irgendwo hier gelandet sind So, dann machen wir mal weiter Schöne Ladescreen hier Ja, jetzt hat er gerade da hingeworfen Hier, Chris, übernimmer Ok, noch ein trockenes Dünen Ein Piratenship mit Toads drauf Kommentar kommt besser als sein Gewusel da hinten Und... Boost ...bisschen gekriegt Neineineineineineineineineinein schon kommt schon kommt schon verdammt fest zu viel sofort ein schon wieder aber die pfanzer ausgewickelt wenigstens immerhin die gebe durch nein die gestorben und kann auch nicht wahr sein und wir glauben im mädchen anwesend erwischt mit Ja, das sind meine Socken. Verdammt. Oh, und das ist auch was. Ihr habt ihn gar nicht gesehen, gar nicht drauf gehackt. Nein, der hinter mir ist. So, wo war das andere, was ich gerade hier geschmissen hatte? Komm, 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 Pilze! Nein, fährst du da hin! Das ist meine Abkürzung! Was machst du denn? Ach du kack, Mini Luigi. Ach komm schon. Warum hat die dritte Runde angefangen? Panzer, überall. Nein, warte! Da durch die Mitte! Genau! Ja, genau! Okay, lass uns an! Ich hab... eher gedrückt gerade. Ja, du bist auch drüber gesprungen! Jetzt! Wow! Da rechts! Okay, lass uns zu spät! Du lässt aber auch alles sinnvoll, oder? Ich hab's nicht gesehen! Ja, warum fährst du gegen die komische, tote Piranha-Pflanze? Die ist tot, wieso lebt sie noch? Das sind UNTOTE! Da unten drauf und... Nein, das bringt's nicht! Damit kommst du nicht nach oben! Nein, warum willst du den Toro, wenn du hier abkürzen hättest können? Oh mein Gott! Ja, weil er eh schon im Offroad war. Ja. Das hält nicht als Offroad tatsächlich für das Spiel. Immer im Vierter, doch! Immer im Vierter, ja. Offroad gilt beim Spiel einfach wirklich... äh, Dings. Äh, wenn wirklich rassig Asphalt ist. Ach! Ja, wieder? Nö, aber... Er war ja eben am Rand. Hm! Ah, wir sind noch Erster! Noch! Mit dem Zweit... Also Zweitplatz ist auch Erster! Oh, oh! Ladies, er ist wieder da! Oh, Ladies! Hey, Ladies! Oh, oh, oh! Genau, heute ist ein anderer Tag! Wir sind so schlecht! Zwischen, komm, wir schaffen den ersten Cup und den letzten vielleicht! Nein, stimmt! Einen hatten wir noch, ne? Zwischendurch! Ja, einfach noch einen! Das Yoshi, Yoshi, Bike schafft's schon! Okay. G-mon Hot! Nein! Nein! Er schafft's doch nicht! Oh, er schafft's doch nicht! Oh, oh, oh! Er schafft's! Okay, er schafft's! Boah, der hat so'n Glück! Das ist kein Glück, das können! Ah, du bist auch können! Warum benutzt du deine Distanz nicht? Diese ganzen, äh... Hubbel kannst du nutzen, ne? Die ganzen Hubbel, die von der Situation kommen, kannst du springen! Ja! Oh! 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 Wo kommt dieser Stein her? Oh. Ja, wo kommt der Stein her? Das ist eine gute Frage. Den konnte man nicht sehen. Ja, das töt Menschen. Stein! Das tötet Menschen! Oh, oh, oh. Eh. Es tut mir. Oh, 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 oh. Das... Das wusste ich! Ich bin doof! New Deshalb! TIAAA! NAADIMMM! 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 Jetzt spring! Jetzt spring! Die ganze Zeit! Spring! 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 Ja, super! Ja, aber ich ging das gut! Nein! Windschatten hat's bekommen! Und wo wollen wir? Wir haben aber dagegen gefahren! Achso, das war Glück! Nein! Wir haben noch dagegen gefahren! Da geht er down! Und wo kommt das? Vorhin war schon einer! Es kommen mehrere gleichzeitig! Wir haben gerade gefahren! Ja! Wir gehen gerade vorbei! Nein! Da geht er down! Das ist in der letzten Runde, Mann! Das ist der Fluch! Der Fluch hat sich langsam verbreitet! Aber nicht bei mir! Doch, der Fluch! Leute! Äh, Ladies! Wirft eure Höschen! Gegen die Tangas Zellen mehr als normale Höschen! Nein! Nein! Leute! Das war kein Höschen! Das ist eine Boxershorts! Ja, das hält nicht viel! Boxershorts sind nicht sexy! Zumindest bei Frauen! Kommt drauf an! Kommt drauf an! Fliegt der etwa gerade drüber? Einfach mal so! So, denk dran! Da kommen komische Kugeln aus Stein! Oh, hau ab! Ich lach! Hau ab! Oh, nein! Oh, oh, oh! Nein, nein, nein! Nein! Nadim! Hast du dich von Affen beziehen lassen! Donkey Kong ist Erster! Mhm! Okay! Alles gut! Wer ist jetzt? Ich! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Es reicht, wenn ich Erster werde! Oh, oh, oh! Ja, das muss auch erstmal geschafft werden! Bei unserem super Glück! Es reicht, egal was, solange besseres Donkey Kong ist! Ja! Mh, ja! Bis zum... Bis zum gewissen Grad! Bis zum gewissen Grad! Ja! Ja! Wenn Donkey Flirter und du Dritter wärst... Ja! Und gleich beim Auto fahr' ich auch nicht voran! Ja! Mit Hüften, okay! Dann lauf' ich aber lieber! Ja, ich auch! Es ist nur die Frage, ob ihr dann, wenn ihr zuhause ankommt, nicht schon wieder umdrehen könnt! Oder... Dann könnt ihr aber schon fast, wenn ihr ankommt, wieder umdrehen! Und zurück zu mir kommen! Oh, 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 oh! Wer ist da hinter mir abgezogen? Ne, das ist Baby Peach! Ne, Daisy! Keine Ahnung! Das wird sich später zeigen! Huuuuh! Was denn? Oh! Oh! Ja, glaub ich auch! Ah, fuck! Ich glaub ich hab so viele Parts! Das reicht erstmal! Für ne Woche! Ja! Scheiß Studio! So viel zu tun! Keine Freizeit! Kinder studiert nicht! Kinder studiert nicht! Kinder studiert nicht! Außer ihr wollt Geld verdienen! Mhm! Das sowieso! Das ist was anderes! Aber wenn der kein Konkurrenz da ist, müssen wir Geld verdienen! Ach! Was geht denn hier ab? Ich kann da nicht mal wirklich was für! Das höchste Ding ist, warum ist da ein M? Auf der Station, als Symbol! Mario? Ja, aber warum auf der Rainbow Road? Trotzdem Mario! Ja, aber trotzdem! Warum fährst du da her? Und warum fährst du da her? Und warum fährst du da her? Das hat sich gerade so ergeben! Ich bin zu schnell! Ich kann ein... Hast du gerade Kugel, Willi? Ja, und gerammt und ein Bus geklappt! Ja! Oh mein Gott! Ich hatte mit dem Sternweich einfach zu schnell! Ich konnte da nicht wirklich was machen! Oh oh! Aber auch der geht so schnell weg! Oh, wir! Da gehen wir down! Da gehen wir down! Ist... Ist Donkey Kong vor mir? Keine Ahnung! Gute Frage! Äh... Ja! Der ist zweiter! Okay! Ja, ich seh! Da ist Daisy! Da ist Daisy! Okay, Donkey Kong ist erster! Ja, ich seh! Ja, das hin und her wechseln bringt nichts mehr beim Turbo! Oh! Nein! Da geht er da! Aber das reicht! Das reicht! Ja, das reicht! Ist einem sowas passiert? Das ist... Das ist nicht egal! Oh! Oh! Nein! 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 Nochmal einen Cup! Nochmal machen! Oh! Okay! Jetzt kommt der Retro! Scheiße! Jetzt müssen wir den Retro nur machen! Oh! Du bist der Retro-Dach! Oh! Das war so knapp! Ja, das war echt so knapp! So knapp! So knapp! So knapp! Wollen wir den jetzt noch fahren? Ja, ich würde eigentlich schon sagen! Einfach damit wir den 100er Cup... 150... 150 zu Ende haben! Also zumindest... Einmal! Irgendwie zu Ende! Immerhin Bronze! Bronze nur? Ja! Okay! Plastisch! Ein Punkt vor!